Oh, I see. Lengf. Nee, wer smart, Alan. Das ist nicht schlau sein, lieber Joshua. Das ist verdammtes Deppenglück. Und herzlich willkommen zurück, meine lieben Zuschauerinnen und Zuschauer, bei der nächsten Ausgabe von Alice Mayer. Wir sind jetzt im Traum von der Shellsea gelandet und dies hat schon hier Parallelen zum Märchen von Rotkäppchen. Ihre Mutter ist krank, der Vater nur unterwegs, die Großmutter macht Medizin und nun sind wir auf dem Weg zu ihr. Ja, und der Schessire, der ist ja natürlich auch immer wieder da. Ist das das Haus? Hä? Es ist lockt, nachdem wir so weit gekommen sind. Was ist jetzt, Alan? Hm. Leichtes was im Beet versteckt. Äh, du schon wieder. Was bist du denn für ein kleines Tierchen? Oh, and what do you want? Hmm, the door is locked, huh? The door is weird. Seeing as that house doesn't even have a look, haha. Ah, well, there's a way though. But you see, his weakiness, me, is currently running a flower. That practically can't live without it. Bring me one, would you? What kind of flower is it? My, my, what a tiny weird one you have. Ah, ha, ha. Ho, ho. I only say it once, you'll all listen up. When she's red, she's passionate. When she's white, she gives pure... Ix, 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 Ix. Das hab ich. When she's blue, she's eternally devoted. But when she's yellow, she's deeply jealous. Ah, but one last thing, she's very often mistaken for another. But unlike that other flower, she never hurts people, so don't make that mistake. Wait, off you go. Bring me the wrong one and I'll have to eat you. Oh, he picked some flowers earlier. There's a bunch here. I split them up for you. And I have to decide, or what? Ah, super. Oh, you brought her? Hurry up then. Here's squeakiness, the quiesit. Squeakiness? Which one? Ich kenn mich doch nicht mit Blumen aus. Margareten sind gelb, oder? Rosen sind rot. Carnation, tulip, die tulpe. Sind die blau? Ich glaube, ja. Pansy, Carnation. Ich, ich tippe auf Carnation. Well, well. So you really brought her. I'm so glad. Finally, I can eat. Ah, she ate it. Oh, bin ich... Das war reines Deppenglück. Ich hatte fünf Möglichkeiten. Ich hab die richtige Blume ausgesucht. Ich hatte reines Deppenglück. She ate it. Ho, ho, ho. Very tasty. Truly the best of the best. Ah, yes, yes. Something to open the door. Here you are. Obtained an X. Ähm, yeah. You keep it. It's too heavy for me. It's kind of forceful. But this should work. You there. Hold on a moment. Take this as well. Only for you. Ewaldi has no need of it. The skrönig's house obtained a notebook scrap. Ui. We reached grandma's house and grandma waved to welcome me. The man bowed slightly too. The medicine is in the usual place. I went to get mother's medicine from the back room. Just then I heard a loud sound. There, there I saw, I saw a wolfy grandma. Then he stuffed a lot of medicine in the bag. Then he noticed me not noticed and started walking towards me. Heißt das der Mann hat sich wirklich als... Der Wolf hat sich als Mann getan? Oder der Wolf war der Mann? Also ich mein, dass er sich halt wirklich nur verkleidet hat. Oder ist er in seiner Haut eingedrungen? Please. Oh nein, das ist doch der Wolf in der großen Mutters Kleidung. Was ist denn das für ein Märchen? Medical Plans. Ich gehe erst mal hinter. Ohohohoho, blutig ist es hier. Und ich sehe was glitzern. Pick it up. Obtain de Schacht. Noch ein Schacht. It's a mess. It's a mess. Der Weltenschlüssel. Take it. Obtain de World Key. So I guess we didn't find teacher. And things are kind of weird here. It smells bad too. Hey, how do you wake up from this dream? I see. Huh? Did that come from the other room? I don't wanna. I don't wanna move from the spot. Okay, but don't let go. Don't leave me. Please. I think I could talk with him before. Ah, be careful with that broken bottle. You're not hurt? Okay, that's good. I think I could talk with him before. But I think if I could talk with him before, I would probably be dead. So now the wolf is waking up and he is... Hello? Hello? Ah, yeah. Servus. No! You're not grandma. Wake up! Wake up! Right. It's just a dream. I don't wanna see it. Not again. I wanna do it again. I mean it. Forgive me. Forgive me. Forgive me. Tackle, use the axe. Use the axe! ZACK! Böser Hund! Ähm. Ist sie jetzt verletzt, weil ich ihn getötet habe, oder? Father. Red. The color red. I hate it. Stop. I close my eyes. So I can see. Hold my hand. Obtain the notebook scrap. Okay, es war die richtige Entscheidung. Hätte ich ihn wahrscheinlich nur getackelt, hätte er mich wahrscheinlich hier... Niedergerissen. Runtergerissen. Auseinandergerissen. Weil ich mein, das ist ein Wolf. I can't look people in the eye. I'm scared to hold the hand. It makes me remember it. If only I hadn't picked those flowers. And hadn't met him. And hadn't held his hand. Lots of blood came out. It smelled really bad. Teacher. I'm still a little scared. But I'm... Sort of okay. Teacher. I... The... 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 I... The... Help me. The words towards the end are to blur to read. Könnte sein, dass diese Fetzen, die ich habe, die restlichen Notizen, ähm... Ähm... Er... Er... Ergänzen. Könnte das sein? Geht's dir besser? Die sieht jetzt auch gebrochen aus. Mhm. Aber ich denke, es war die richtige Entscheidung. Sonst wäre ich wahrscheinlich tot gewesen. Es ist halt wirklich ne 50-50 Chance. Welcome back. I say with a smile, but I'm made quite uncomfortable by that face you're making. Ah well. At least you seem to have safely recovered the key. Your job well done. Well then. I'll... Collect all the things from that world. And I'll put together those pages. Here you are. Er... 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 Um... Er... Er... ... Er... Er.... Er... Well you do that by not entering the world. No matter how much care taken... A person's heart will inevitably be hurt by another... Won't it? Just think about it. Having the locks to hidden parts of yourself first open... ... und auf die Hände zu haben, was du nie zu bemerken wolltest. Unbezüglich, ja? Oh, das ist ziemlich gut. Ich gebe den Rest. Kein Problem, die Alices. Fokus auf die Schläge, bitte. Ja? Was ist das? Ah, ist das richtig? Gut, also. Das war jetzt die Chelsea, jetzt kommt. Es ist lockt. Geht es hier weiter? Es ist lockt. Nö. Ach, ja, schon erst dran. Da bin ich ja immer gespannt, welches Märchen es bei ihm ist. Yo Alice! Nice weather, hä? You know, was ist das für? You know? Yeah, 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 yeah! Let's play! Natürlich! Wow, yeah, sweet, all right! Open up that closet! Open it. Kommst du jetzt raus? Your hand trembles. Don't open? Wieso zittert meine Hand? Open? Was ist es? Was ist es? Wo bin ich denn hier? A lamp. Gold medals. Ist das ein Fernseher? Kannst du hier singen? Das sieht aus wie ein Fernseher, oder? Ein Buchleber mit Mother Goose. Turn the pages. Yankee Doodle. Yankee Doodle. Come to town. Upon a Kentish Pony. Stuck a feather in his head and called him Macaroni. Macaroni and Cheese. Lots of heads and cloves. Aha. A dice game. Ein Würfelspiel? Mensch, ärgere dich nicht. Puh. Der Joshua kommt ja hier aus dem großen Zimmer. Wenn ich raten müsste, würde ich sagen... Schneewittchen? Das Männchen von Schneewittchen? A feather pen. One is red, but all others are black. Only one is red. The bag of one is six. The bag of three is four. The bag of two is... The letters have been smudged out. Ha 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 ha. Das Rätsel kenn ich. One is red, but all the others are black. Only one is red. The bag of one is six. Das sind die Würfel. The bag of three is four. The bag of two is five. Bei Würfeln kann ich hier nämlich schon zeigen. Bei Würfeln ist es immer so, dass die gegenüberliegenden Seiten ergeben sieben. Eins und sechs. Fünf und zwei. Drei und vier. Haben sie nicht gewusst, meine Damen und Herren. Bada bim, bada bum. Ein paar neue Facts gelernt beim lieben Showwoman. The letters have been smudged out. Aha, aha, aha. Gut. Äh, okay. Ich nehme mir erstmal hier das Glitzerteil. Pick it up. Anscheinend gibt es überall zwei Scherben. Wer oder was bist du? Back. Back. Front. Behind. Forward. 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 One. Four. Six. Two. Back. 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 Don't know. Back. Okay. He looks super tough. Nicht so wie der Typ. One. Four. Six. Two. One. Four. Six. Two. Back. 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 Und 5. Das ist ja auch vielleicht. Tell him. Leave him be. Tell him. Back. Ähm, next 3. Eins. 5. Back. Back. One. Four. Six. Two. Six. Three. One. Five. Give. This. Ich bin so schlau, ich bin so schön, ich bin der Anton aus Tirol. Obtain den Eidemode, no most crap. The moon fell, that great big round moon fell. When I told Mother, she looked surprised, then smiled slightly. The moon hadn't really fallen, it still looked down on us from the sky. But I liked the face Mother made, so I told her all sorts of things. I saw a big lizard talk, I saw the old man next door fly, I saw a cat swimming in the lake. Every time I said something, Mother would be very surprised, then laughed a lot. But she gradually stopped laughing. After that, Mother stopped looking at me. Oder ist es das Märchen vom Der Junge, der immer Wolf schrie? Wie? Awesome, ist es sucht. Sagst du noch was? Back, back, front. Behind Fofford Fitch? 1,6. Ich bin so gut, ich bin so gut. Ach, Joshua, da bist du ja schon. Hm? Yo, Alan, jeez, made me jump. Hm? No, nothing's locked. Also, die Toren sind offen. Teacher? Na, I don't know. I wanna ask if this is a dream, but... Must be, right? It looks like my house, but it's way smaller. Yeah, I've been having the same dream bunch lately. But nobody's around, so I just sit here alone. But good to see you here, Alan. Let's go somewhere. Who knows? Maybe we'll find somebody else. Huh? What was that look? Um, sorry. I follow Alan. Anywhere is fine by me. Thanks. Du könntest auch gern den Weg voranschreiten, he? Ich behalte dir auf Box, 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 Mini Box, Mini Box. Dice Game. Also, er ist wohl ein Fan von Würfelspielen, he? Tü-tü-tü-tü. It's locked. Aha. Opa! Äh, what? Wieso? Also, deine Bude, die geht ja wohl langsam kaputt hier. Was ist denn hier los? Hä? War das das Kissen? Oder lag das schon vorder drin? Dieses schwarze Teil? Da war ich drin. Ich war noch nicht die Treppe hochgegangen, oder? What? Can't you go up here? You can't climb stairs, Alan. What's with that lock? It was a joke. Ach, hier konnte ich vorher nicht rein, aber weil ich das Rätsel gelöst habe, kann ich's. Ah, Teacher ist da. Was machst denn du hier drin? Hä? Teacher ist hier. Äh. Gah. Alan und Joshua. Und jetzt, ich sage dir, aber würde ich mich auf die Hände schlafen, so schnell? Der schlägt ihn mal auf die Hüfte? Psch, oh. Hey, bist du, bist du ein Lausbübsche? Yeah, well, you'll never notice if I don't do that, Teacher. Also, if I don't, also, er bemerkt ihn nie, wenn er's nicht tut. Ah. Äh. Oof. Ahem. Not on the flanks, either. Flanks? Was sind die Flanks? Der Hintern? Anyway, why are you here? I mean, I guess anything can happen in a dream. It's not quite a dream. Hm. Personally, I'm surprised by the fact that Alan is here. You stay here. Don't even move, if possible. Don't go any further than this. I'll be leaving soon, so be careful. Moment, kann er in ihre Träume genauso eintauchen, wie ich das kann? Uh, what's this? A scrap of paper? It was in Teacher's pocket. What's that look? Teacher was like, have a sleep. It's fine, I tell you. Plus, I swapped it with a toy spider. You want this? Boy, you're weird. Here. Obtain the notebook scrap. One day, I said that Father had gone cold while he slept. Father was more surprised than she had been in a long time. Very surprised. Then she got very angry. But I didn't stop. Almost daily, I said that Father had gone cold. She was surprised every time and got angry every time. I liked it. Because she'd only talked with me when she was surprised. Hmm? Man, what's the heck? If it's not a dream, what is it? I never get the stuff, teachers going on about. Huh? Oh. Uh. Maybe I'm just an idiot, you say. Alan! Was? Die Möglichkeit besteht. Du darfst keine Möglichkeit hier außer Acht lassen. You can't read it. Ja, dann mach die Augen auf. Hard to read books. Mach einfach die Augen auf. Hard to read books. Also wie der, also nochmal drauf eingegangen, der Lehrer kann auch in die, ähm, Träume der Kinder eintauchen, vielleicht um sich ihrer Sorgen anzunehmen, vielleicht das, das. Und deshalb sollen sie nie rausgehen damit, weil wenn sie aufwachen würden und er ist im Traum drin, dann könnte er vielleicht selber nicht mal aufwachen. You can't read it. I wasn't born here, you know. Actually, I forgot where it was. But I guess this is the language there. People in different countries have different hair, eyes, even food. It's pretty cool. Teachers eyes are all black. I wonder where he was born. Ja. Stimmt, sehe ich eigentlich viele Leute mit schwarzen Augen. Die meisten sind irgendwie eher braun oder blau. A collection of novels. Ach, die sexy Art. Das sieht aus wie ein Fernseher. Sind wir doch schon in dieser Zeit? Ich habe schon in dieser Zeit. Hm. Ein Schrank? Ich kann das öffnen. Wieso? Schien da die Schmuddelheftchen drin? Ah, da haben wir wieder das Tetris-Tierchen. Nö. Und wer bist du? Ein Schaf. Bäh, bäh, Kilo, bäh, Dezzi, bäh. Es gibt ein bisschen Platz auf der Schalte. Ah, da fehlt ein Buch. Es ist firmlich enthalten. Es ist lockt. Hey, nicht mit dem. Weißt du, was ich meine? Es gibt Dinge, die ein Mann muss haben. Gleich schmuddelheftchen. Es ist mit Boxen. Naja, du bist ja Jugendlicher. Du musst dich und deinen Körper kennenlernen. Worauf stehst du denn? A cake. Kanker eat things with our hands. The cream will get them all sticky. And it'll ruin our clothes. Clothes, clothes. Wir brauchen also... Besteck? Nehmen wir einfach, du große Lanze. Awesome. These are my fathers. So you get mad if I touch them. Tell me not to, so. It just makes me wanna. Bäh. Bäh. Kilo. Bäh. Deepsea. Bäh. Was willst du damit, hä? Ja, was will das Scharf damit? Ich klimpe ein bisschen, derweil überlegst du schön. Mhm. Es ist lockt. Hm? Weird. Es war ört, bevor. Warum hat es geschlossen? Hm? Hm? Ich mag nicht, das Schalte. Alan, du gehst den Lied. Es ist mit Boxen. Muss ich da eins rausnehmen? Muss ich in die Kiste greifen? Es ist leer. Hey, das ist nicht so. Gotta have. Es ist lockt. Firmly attached. Kannst du eine Sache sehen. Kilo. Kilo bar. K. H. D. M. D. M. Bäh. Bäh. Says to tell him the letter that fits in the question mark. Hm? Nah. I can understand him just fine. Animal. All on you. Bäh. Bäh. Kilo. Bäh. Mal sehen. Kilo. Kilogramm. Kilogramm? H. D. M. D. Was würde kommen? Die? Ne. Die ist ja die. Die ist ja davor. H. K. H-A-D-M. D-H-M. Bäh. Bäh. A. Der hat doch was gesagt. C. Bäh. Says to your right. Why is it C? Oh, I see length. Ne, you were smart, Alan. Das ist nicht schlau sein, lieber Joshua. Das ist verdammtes Deppenglück. Ich finde hier mehr mit Deppenglück heraus, als wenn ich meinen Verstand wirklich einsetze. Wenn ich wirklich stark nachdenke, dann mache ich mir Kopfschmerzen und übersehe das Offensichtlichste. Wenn ich aber einfach mal blind drauf losrate, dann habe ich Erfolg. Haha. Dankeschön und der Weg ist offen. Bäh. Bäh. It's locked. Ach, das hat sich ja nicht geöffnet. Das hat sich geöffnet. The lock is open. Obtain the crabby arm. Grabby arm? Man, I remember this thing. I used to use this to drop snakeskins and stuff from above. Ach, so ne, so ne, so ne, so ein Greifarm, meint er. Ähm, grabby arm. Extend. Was soll ich holen? Das Buch? A little bit of space. It's firmly attached. Ach so, soll ich damit Kuchen essen? A cake. Can't go eating this with other hands. Hmm. Packed with books. Packed with books. Packed with books. Was soll ich nehmen? Awesome. Touch them. Tell me not to throw. I wanna. You seem to have something stuffed under the bed. Aha. Use crabby arm. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Use the crabby arm. Obtain the blue book. Aha. There's a little bit of space to shelf. Blaze blue book. It fit perfectly. Rum der Weg öffnet sich. Jawohl, legen. Immer noch nicht. The lock is open. It's hanging a little loose. Might come off. Remove painting. There are two small forks behind it. Hey, we can eat cake with these. Take one. Obtain the small fork. Na ja. Müssen wir uns entscheiden, wer welchen Kuchen nimmt? A cake. Eat it. Knus- Oh oh. Bin ich tot? You felt dizzy. There's a scrap in your pocket. Obtain the notebook scrap. War das jetzt auch wieder eine 50-50 chance, ob der eine Kuchen vergiftet ist oder ob er mich weiterführt? Hab ich richtig gedacht? Richtig ausgesucht? I was locked in my room. I mean, I had TV and I had toys. Das ist ein Fernseher. In welcher Zeit leben wir dann? In welcher Zeit leben wir dann? Aber es war anders. Natürlich war es, richtig? Sieht, siehst du an meine Schöne und Brüder, aber nicht an mir. Wenn nur Späder und Späder sprechen könnten, würde ich nicht so nervös sein. Ja, das war anders. Warum? Warum? Meine Damen und Herren, wenn Sie das Märchen erkennen, dann sagen Sie es mir bitte, weil mir sagt gerade, ups, dieses Märchen sagt mir gerade überhaupt nichts. Äh, was seid ihr denn? Ich sehe was klitzern. Pick it up. Das ist der zweite Schar, den ich brauche. Da ist ein Loch, da sind Augen, da auch. Was seid ihr für Viecher? Was seid ihr für Viecher? Noch mehr. Ich rede mal mit euch. Oder hier? Was bist du? Gross. Sie schauen mich nicht an und deshalb all die Augen. Schau mal rein. Oh, rote Augen. Ach, wie schön. Sie fallen apart. Da haben wir rote Augen. Okay, ein rotes Auge. Was haben wir hier? Es erlackt mich doch hier, fetter Buckel. Schau mal rein. Look inside. Aha. Wir haben also ein rotes Auge, das schaut nach unten. Also es schaut nach vorne. Rot nach vorne. Wir haben ein gelbes Auge, das schaut nach rechts. Aha, aha, aha. Was haben wir denn noch hier? Bitte nichts mehr zerbrechen. Look inside. Wir haben ein grünes Auge. Das schaut auch eher gesagt nach vorne. Mehr nach vorne. Oder nach oben. Gut, und muss ich noch was in den Schubladen mehr anschauen. It's falling apart. Es hat alles auseinander hier. Alles ist vernichtet. Das Vertrauen ist vernichtet. Und wir haben, look inside, das blaue Auge, das schaut nach links. Ich denke, das mache ich jetzt wirklich in einem Part fertig, weil dann habe ich die Geschichte nämlich auch abgeschlossen. Und was ist das Rätsel? You can't read it. Aha. It gives you an eerie feeling. It's falling apart. Pfff. Was soll ich tun? It's falling apart. Fall apart. Gross. Was ist hier? Ha. Was ist das Rätsel? Muss ich nach unten gehen. Hä? Blure Eyes. Blure Eyes war... Links. Hä? Red Eyes. Me. Hä? Green Eyes. Up. Hä? Yellow Eyes. Rechts. Don't look. Ich bin so schlau. Yes. 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 Alter, ich bin hier... I'm on the roll. I'm on the roll, baby. It's locked. Ich bin so... Ich bin so gut. Bei dem Rätsel. Ach, der Rollkey, da haben wir ihn. A key. Take it. Obtain the Rollkey. There's also a scrap of paper. Obtain the notebook scrap. Father went cold. He really did. I taught mother. Aber sie hat mir nicht gelesen. Sie hat mir nicht gelesen. Sie hat mir nicht gelesen. Ein Zeitpunkt war, bevor meine Bruder und Sistler hat mich gehalten. Und sie hat sich endlich herausgebracht. Sie hat eine Face ich noch nie gesehen habe. Eine Face ich nicht wollte sehen. Ich hatte keine Sorgen, oder Angst. Oder Lachen. Nach dem Tag, meine Mutter hat nichts gesagt. Sie war nur silent. Ich bin nicht sicher, weil ich ja nicht weiß, was meine Vergangenheit ist. Oh. Ich bin nicht sicher, weil ich ja nicht weiß, was meine Vergangenheit ist. Oh. Entschuldigung. Es ist sicher, aber es ist etwas, was du Angst hast, zu verlieren. Ich kann immer nur sagen, ich bin nicht sicher, weil ich ja nicht weiß, was meine Vergangenheit ist. Oh. Sorry. Entschuldigung. Sie ist stark, aber es ist ein bisschen entschuldig. Ist die Schmerz so komfortabel? Ich habe das Gefühl, er wird jetzt auch gleich gebrochen sein. Warte. Ich, äh... Ich, äh... Ich möchte nicht wirklich, dass du in. Oder ich selbst in. Bist du in? Ich gehe. Okay. Oh-oh. Du bist die Mutter. Hä? Klick! Klick! Good job getting here! Told you not to, didn't I? Hey Alice! Oh, yeah. Don't care about me, huh? What? You that curious about the doll hanging there? Hä? Doll? No. That's... Mom. That's my mom, isn't it? No, wrong. No, wrong. Wrong. Mom doesn't have those eyes. Oh. Well then. Which eyes? Tell me. Why don't you? Oh, well then. Why don't you? Oh, well then. Why don't you? Oh, well then. Why don't you? And he is broken. Oh my. That's not mom. It's not. Because back then, what I said, what I said was, but mom, she... This is wrong. Yeah, this isn't right. Why are you looking at me like that? Why did I have to see this? Now, what's this about? What happened back then? And this result? It's all your fault, ain't it? Fish around all you like. You find won't find any reason why you're not to play. And trust me, going down the, if only I'd root, is just a waste of time. Down the rabbit hole, huh? Stop it! Stop. Ah, jeesh. If you say so. Smell ya. Obtain the notebook scrap. Ich hätte wahrscheinlich nicht gehen können, ohne da weiter zu gehen. My big brother's good at soccer. My big sister's smart. But I'm nothing. I'm nothing, but I said I'm something. I have nothing, but I said I do. And I got so sad after I said it. Soon enough, I didn't know what I had. Or what I was. No matter what I say. It might just hurt someone. But I stu- I s- Ch- 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 Welcome back! Oh, your expression is entirely different from last time. Uh, now, I believe I understand. Well, then. I ammo the things from that world. And I put together those pages. As always. Here you are. Obtain the turkese notebook. Oh. I can comment on you once more. Next word. Ja, ach, beim ersten Mal hätte er auch was gesagt. Are you beginning to grow used to the world? From that reaction, I would rather not. Well, when I first arrived, I too thought, what am I doing with such a blaze? Now I don't believe it to be so bad. Also er glaubt nie, dass es so schlecht ist, so schlimm. Now need to worry about food. Food. I prefer the world to the world. But you, Alices, are currently in an unstable state. So, if you wish to return, tell me. I teach you a way. After you've gathered all the keys, that is. Are you beginning to grow? B-b-b-b-b-b-b-b-b-b. Ach, herr Jemini. Also die haben alle irgendwas in Notepadroschia on the cover. Lesen kann ich's nicht. Ah nee, die Charts hab ich immer noch. Also, mir fehlen jetzt noch zwei Türen. Wissen Sie was, meine Damen und Herren? Ich wollte eigentlich nach diesem Part eine Pause machen. Aber das Spiel ist wohl gar nicht so lange. Daher werde ich wahrscheinlich das in einem Ratsch aufnehmen. Das heißt, was Sie jetzt innerhalb von ein paar Tagen sehen, hab ich an einem Tag durchgemacht. Weil die Story ist wirklich sehr interessant. Aber die Kinder tun mir leid. Und anstatt dass ich ihnen, glaub ich, irgendwie helfe, über... Tue ich hier alte Wunden wieder aufreißen, ja? Hm? Etwas, was sie in der Vergangenheit erlebt haben. Wodurch sie ja ihre Familie verloren haben. Wo deshalb sie in dieses Haus gekommen sind. Und dann werden sie gebrochen. Okay. Ob es das wert ist, dass ich hier wieder rauskomme? Und das ist meine Vergangenheit. Wieso hab ich alles vergessen? Habe ich es vergessen wollen? Hat mich jemand es vergessen lassen? Das weiß ich. Und ja. Wenn Ihnen, meine Damen und Herren, diese Ausgabe von Alice Mayer gefallen hat. Lassen Sie es mich bitte wissen. Und wir sehen uns hoffentlich wieder bei der Fortsetzung. Bis dann. Ihr 93Drivo. I love to entertain you. Tschüss. And goodbye.